Hallo, im letzten Video haben wir unsere erste Formel in Excel erstellt und da haben wir hier die Einnahmen quasi Stunden mal Stundensatz kalkuliert und unser Profit quasi Einnahmen minus Ausgaben kalkuliert. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich mal eine Frage. Was mache ich oder wie kann ich die Einnahmen rechnen, wenn alle denselben Stundensatz haben? Nehmen wir mal an, ich schreibe es mal irgendwo hier. Nehmen wir mal an, alle haben denselben Stundensatz und der ist 50. Wie kann ich kalkulieren? Okay, eine Methode ist, dass man sagt, okay, alle haben denselben Stundensatz, ich schreibe hier die 50 und wie kann ich die 50 auf alle übertragen? Ist wie beim Runterziehen bei Formeln. Man klickt da, wo die 50 ist, geht hier unten an den schwarzen Punkt und zieht runter. Und so haben jetzt alle 50. So, und jetzt habe ich an der Formel Einnahmen muss ich nichts machen, weil ich habe nur die Werte, die Stunden, die Stundensätze hier geändert und die Formel stimmt immer noch. Okay, das wäre eine Methode, wie man Kalkulationen austrägt, wenn alle denselben Wert haben, in dem Fall dieselben Stundensatz. Nur halt das Problem hier, was mich hier stört, ist, man verschwendet eine ganze Spalte für den Stundensatz und es ist immer, immer derselbe, ja. Und jedes Mal, wenn man eine neue Person reingibt, muss man immer denselben Stundensatz wieder eingeben, ja. Und auch so, wenn man jetzt den Stundensatz aktualisieren will, muss man immer wieder hier reingehen und neu aktualisieren. Wie kann ich rechnen, wie kann ich, wie kann ich das ohne diese Spalte machen? Okay, dann machen wir mal folgendes. Jetzt tun wir erstmal diese Spalte löschen. Ich klicke hier das C hier, weil ich die Spalte C löschen will und gehe hier bei Löschen, kann ich entweder so gleich auf Löschen gehen oder ich wähle Zeilen löschen oder Blattspalten löschen, ja, ist egal, ja. Also drei Methoden, entweder gleich auf das Löschen, Zellen löschen oder Blattspalten löschen. Ich gehe mal auf Zellen löschen, so, dann habe ich das weg. Jetzt steht hier Bezug. Bezug steht immer, wenn man gewisse Teile einer Formel löscht. Wir haben unsere Formel, unsere Formel war ja B2 mal C2. Jetzt haben wir diese ehemalige C2 Spalte gelöscht und deswegen steht hier jetzt Bezug. Aber ist ja egal, wir wollen ja eh die Einnahmenformel neu schreiben. Also, du musst löschen, zack und weg. Okay, also, eine zweite Methode, wie man die Einnahmen kalkulieren kann, wenn alle den selben Stundensatz haben, ist, man kann es so machen. Das da mal 50, okay. Und dann runterziehen. Jetzt die Kalkulation hier ist voll in Ordnung, nur halt, was mich stört, man hat die 50, diesen Wert, in der Formel. Und ich habe es im letzten Video erwähnt, man soll in seiner Excel-Formel, soll man Werte vermeiden. Man soll immer Z-Bezuge benutzen. Warum? Weil, nehmen wir an, der Stundensatz ändert sich jetzt, zum Beispiel zu 45 oder 55 oder was immer. Dann muss man in der Formel reingehen, diesen Wert ändern und erneut alles runterziehen. Und bei uns ist es kein Problem jetzt, wir haben nur sechs Leute und es ist nur eine Kalkulation, die von diesem Stundensatz abhängt. Aber nehmen wir an, wir haben hunderte von Leuten und wir haben mehrere Kalkulationen, die den selben Stundensatz oder die vom selben Stundensatz abhängen. Okay. Dann müsste ich in all den Kalkulationen das immer updaten, ändern und dann runterziehen. Und das und dann ein weiteres Problem ist, was ist, wenn ich mich nicht mehr erinnere, welche Kalkulationen von dem Stundensatz abhängen. Ja, deswegen haben wir hier das Problem, dass das Wert, wenn man Werte in Formel eingibt, hat man ein Riesenproblem, wenn sich diese Werte ändern. Okay. Deswegen ist das zwar, die Kalkulation stimmt hier, aber das ist keine Lösung. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man diesen Wert, der für alle gilt, den legt man irgendwo ab in einer Zelle, wie jetzt hier. Ich habe den Stundensatz gilt ja für alle, der ist ja derselbe für alle. Das heißt, ich lege ihn hier irgendwo ab, hier in dem Fall jetzt in der Zelle K2 und benutze dann diesen Zellbezug in meiner Formel. Okay, also das heißt, ich gehe dann so, ist gleich Stunden mal dieser Stundensatz. Okay, und dann ziehe ich monat. So, und da haben wir jetzt unser Problem. Die erste Formel stimmt, das ist B2 mal K2, aber die zweite Formel zeigt 0. Warum? Weil aus der B2 ist eine B3 Quote, das stimmt, weil denen seine Stunden sind hier in der B3, aber aus der K2 ist auch eine K3 geworden und in der K3 steht gar nichts. Alle Stundensätze stehen ausschließlich in der K2 Zelle. Okay, und wenn ich jetzt noch eins weiter runter gehe, ist genau dasselbe Problem. Die Stunden stimmen, die sind jetzt in der B4, aber in K4 ist auch wieder nichts. Jetzt kommen wir hier zum Grundproblem. Wie kann ich meine Formel so gestalten, dass das B2, das ändert sich ja beim runterziehen, das wird B3, B4 und so weiter, aber das K2 darf sich nicht ändern. Und da gibt es einen kleinen Kniff, was man da machen muss. Und zwar, ich schreibe die Formel nochmal neu. Also B2 mal K2. Jetzt, man muss sich immer so fragen, gilt dieser Stundensatz für alle? Ja, wenn er so, wenn das so ist, dann, nachdem ich die Zelle angeklickt habe, drücke ich auf die F4-Taste, auf meiner Tastatur. Okay, F4, zack, und jetzt habe ich solche Dollarzeichen. Diese Dollarzeichen zeigen, dass diese Zelle wird sich beim runterziehen nicht ändern. Sie bleibt auf K2. Das ist, was die Dollarzeichen zeigen. Und so eine Zelle, mit so Dollarzeichen, nennt man eine absolute Zellbezug. Das heißt, weil dieser absolute Zellbezug wird sich beim runterziehen nicht ändern. Diese normale Zelle, ohne diese Dollarzeichen, nennt man ein relativer Zellbezug. Und die wird sich beim runterziehen ändern, wie wir es ja gewohnt sind. Okay, mache ich Return und dann ziehe ich runter. So sieht man jetzt, B2, ich klicke mal hier rein, sieht man B2 mal K2, das ist okay. Okay, gehen wir in der nächsten, hier auch, jetzt B3, denn seine Stunden sind B3, aber es ist immer noch, bezieht sich immer noch auf die K2, der Stundensatz. Okay, gehen wir nochmal in 1 Runde. Die Stunden jetzt beziehen sich von der B4, aber der Stundensatz ist immer noch K2. Und das ist der Effekt von diesen Dollarzeichen. Okay, und diese Dollarzeichen kriegt man, indem man die Taste anklickt und dann F4. Ich mache die Formel nochmal. So, also das heißt, so geht man jetzt vor, ganz normal, ist gleich. Dann klickt man die Stunden in dem Fall. Gelten die Stunden für alle? Nein, den sind die Stunden, also die B2 sind nur die Stunden vom Braun. Die haben nichts mit der anderen zu tun. Also macht man hier an der Zelle gar nichts, geht dann weiter mit der Formel, mal. Jetzt klickt man den Stundensatz. Gilt dieser Stundensatz für alle? Ja, er gilt für alle. Also F4 drücken, zack. Und so hat man jetzt die Formel fertig. Ich bin mit der Formel fertig, Return, gehe wieder rein in der Formel und ziehe sie dann, oder übertrage sie auf die anderen weiter. Okay, wir können jetzt genau dasselbe mit der Ausgabe machen. Löschen wir mal die Spalte Ausgaben. Und ich gebe die Ausgaben hier. Alle haben jetzt dieselben Ausgaben. Ausgaben. Sagen wir mal, alle haben dieselben Ausgaben und die liegen bei 560. Okay, mache ich die alte Profitformel weg. Jetzt, wie ist der Profit? Profit ist immer noch Einnahmen minus Ausgaben. Also, ist gleich. Einnahmen. Gelten die Einnahmen für alle? Nein, das sind nur die Einnahmen von Braun. Also gut. Minus. Ausgaben. Gelten diese Ausgaben für alle? Jawohl. Also, F4 noch dazu. So, und dann ist die Formel fertig. Return. Das ist die erste Kalkulation erledigt. Jetzt gehe ich wieder in der Formel rein und übertrage sie auf den restlichen. Und da kann man hier genau wieder sehen, dasselbe Szenario. Aus der C2 wird eine C3, eine C4 und so weiter. Aber das J3 bleibt für alle gleich. Und das ist der Effekt von absoluten Zellbezügen. Und die erzielt man, nachdem man auf der Zelle klickt, klickt man auf F4. Und so rechnet man mit Werte, die für alle gelten und nie den Wert in der Formel reinschreiben. Und da ist der F5. Und so rechnet man mit Werte, die für alle gelten und nie den Wert in der Formel reinschreiben.